Finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz. Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert. Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner. Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss. Mit großer Wirkung. Gute Sache. Bereit zum Durchstarten? Wertgeschätzt, der Podcast. Willkommen zum Podcast Wertgeschätzt. Mein Name ist Sven Göllner von der BIMANU und heute ist wieder Michael dabei. Hallo Sven. Grüß dich. Na, wie ist die Lage? Ach, soweit so gut, ne? Kann mich nicht beklagen. Ich hab dir was mitgebracht. Du hast mir was mitgebracht. Auf jeden Fall und das wird dir, glaube ich, sehr gefallen. Ich weiß ja, du bist ja der absolute Fußball-Crack und Fan, also kein Spiel ohne dich. Quasi. Ja, und ich habe letzte Woche im Handelsblatt was gelesen von deinem Lieblingsverein FC Bayern. Ja, okay. Du lachst? Nein, nein, alles gut. Ich bin gespannt. Was hast du im Handelsblatt über den FC Bayern gelesen? Ja, Ausgangspunkt ist die Digitalisierungsstrategie des FC Bayern. Da ist der Oliver Kahn zu Wort gekommen und das fand ich wirklich spannend und ich finde, wenn wir dieses Thema heute bearbeiten, können wir schon eine Parallele auch für mittelständische Unternehmen ziehen. Ich erkläre kurz den Inhalt, was der Artikel beinhaltet. Es ging darum, dass FC Bayern jetzt eine Kooperation mit Adobe hat. Okay. Für jemanden, der Adobe nicht kennt, Adobe ist ein Softwarehersteller, eigentlich bekannt. Acrobat Reader. Ja, oder genau, PDF-Dateien oder jetzt in der Bildbearbeitung, sehr, sehr stark. Aber was viele nicht wissen, sie bieten weitere Produkte an, unter anderem auch Cloud-Plattformen und eine Marketing-Cloud ist dabei. Und die Marketing-Cloud, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, jetzt finde ich das auf Anniper nicht. Wie heißt sie denn? Die Experience? Ja, genau, die Experience-Cloud. Und was will man damit erreichen? Was viele nicht wissen, ist, dass FC Bayern natürlich in Social Media ziemlich gut unterwegs ist und circa 125 Millionen Follower hat, also eine richtige Anzahl. Und mit diesen Daten möchte man in Zukunft viel, viel mehr machen und letztendlich seine eigene Customer-Journey aufbauen. Kannst du dir ungefähr vorstellen, was FC Bayern jetzt mit Adobe und mit den Social-Media-Daten vorhat? Na gut, ich würde jetzt mal schätzen, passgenaue Angebote schnüren für die Kunden. Genau, genau. Dass es also ein konkretes Beispiel ist zum Beispiel, du bist jetzt Manuel Neuer-Fan, bist du? Nee, Neuer ist tatsächlich nicht so mein Fall. Okay, mit welcher Fußballer? Nehmen wir doch den Müller. Okay, du möchtest beispielsweise dir ein neues Trikot von dem Thomas Müller kaufen und dann wäre es natürlich super, dass du genau für diesen Spieler das entsprechende Trikot auch vorgeschlagen kriegst. Okay, das heißt, ich surfe quasi auf der Plattform FC Bayern und aufgrund meiner anderen Klick-Aktivitäten meines Nutzerverhaltens kriege ich dann andere Inhalte angezeigt als du zum Beispiel. Genau, also richtig zielgerichtet und nicht nach dem Schrotflinten-Prinzip, ich haue jetzt einfach ein Angebot raus und irgendjemand wird es schon kaufen, sondern man guckt sich den einzelnen interessanten Lead, nennt man das ja in dem Marketing-Bereich genau an und analysiert das Verhalten und wenn du natürlich dich für Thomas Müller interessierst, liest die entsprechenden Nachrichten, folgst dem vielleicht auf Instagram und so weiter, er ist ja auch auf LinkedIn sehr aktiv, dann wird ein komplettes Bild von dir generiert, letztendlich ein Protokoll und ein Nutzerprotokoll und dann kann natürlich über dieses Verfahren dir ganz gezielte Angebote für deinen Lieblingsspieler entsprechend präsentiert werden und das ist mal was anderes. Okay, das heißt also, wenn ich jetzt, wenn jetzt demnächst der Nachwuchs auf die Welt kommt, dann kriege ich sofort beim FC Bayern erstmal Strampler angezeigt, weil die dann im Endeffekt Bescheid wissen, dass ich jetzt empfänglich für FC Bayern Strampler bin. Vom Datenchaos zum Datenschatz der Weg. Das wäre eine Möglichkeit, wenn sie das natürlich wissen, aber das ist jetzt zum Beispiel, was sie erreichen wollen mit der Zusammenarbeit mit Adobe, dass genau diese Cloud-Plattformen diese Möglichkeiten bietet und alle Informationen, die jetzt im Social-Media-Bereich vorliegen, konsolidiert. Es ist ja so, dass du als Nutzer mehrere Kanäle hast, hast vielleicht ein Instagram-Profil oder auch nicht, das weiß ich nicht und diese Daten letztendlich sammelt und konsolidiert und das geht ja auch dann weiter. Wir haben einmal die Social-Media-Kanäle, wir haben aber auch die Webseitenbesuche, Blog-Nachrichten und das sind ja alles Informationen, um so eine 360-Grad-Sicht des Kunden oder des potenziellen Liedern auch zu halten und das finde ich sehr, sehr spannend. Macht auf jeden Fall Sinn, vor allem, weil man sich ja jetzt dann mal loskoppelt von den sportlichen Erfolgen. Also im Endeffekt hast du jetzt ja die Herausforderung, weiß nicht, schlechtes Jahr, oder Zuschauer kommen nicht, Corona hatten wir, also Geisterspiele hatten wir jetzt ja erst vor kurzem oder ich scheide wieder im Viertelfinale aus, ja, dann muss das Geld hier irgendwo herkommen. Die Transfers müssen ja trotzdem getätigt werden. Und wir kommen ja auch gleich zur Brücke, warum wir meinen, dass da könnte der Mittelstand vielleicht auch mal draufschauen, also zum Beispiel auch Real Madrid hat ca. 273 Millionen Follower, also nochmal wesentlich mehr. Und auch nur, weil die alle nass lang irgendwelche populären Spieler kaufen. Das mag sein, aber auch die haben diese Zusammenarbeit mit Adobe jetzt am Laufen und die haben das Potenzial ja erkannt. Und jetzt überleg mal das Beispiel des Maschinenbauers. Also auch FC Bayern hatte Probleme in der Corona-Zeit, das Stadion zu füllen. Das ist, die konnten halt oder hatten ihre Geisterspiele. Durften nicht, ja. Und hatten ihre Einnahmequelle verloren, aber dadurch, dass sie natürlich um die Ecke gedacht haben und sagen, okay, wir haben unseren Social-Media-Bereich und das sind halt auch Unternehmensdaten, wie ich immer sage, gehören dem Unternehmen nicht, sondern den großen Anbietern, aber sie nutzen sie. Und das Gleiche nehmen wir bei dem Maschinenbauer, wäre doch, er kann momentan keine neuen Maschinen bauen, weil bestimmte Ersatzteile fehlen. Aber hätte er zum Beispiel ein softwaregetriebenes Daten- oder Geschäftsmodell eingeführt, die Einnahmen würden ja trotzdem weiterlaufen. Und das ist so die Gedankengänge, die ich jetzt in dem Zusammenhang habe. Und deswegen fand ich den Artikel auch sehr, sehr spannend und habe gedacht, wir quatschen mal heute mal drüber. Der Werkstoff Daten für Wert und Wachstum. Die Analyse. Ne, ist auf jeden Fall spannend und ist ja auch sinnvoll. Man hat sich am Anfang ja, jetzt nochmal kurz zurück zu dem Beispiel, überwiegend auf die, sag ich mal, internen Sachen konzentriert. Jetzt hat man mehr Leistungschecks von den Spielern, sonst Taktiken und was weiß ich nicht alles. Alles digitalisiert, dass du dir die ganzen Videomaterialien angucken konntest und analysieren konntest. Das war ja das Intern im Endeffekt. Aber das machen sie ja auch schon. Also auch die Fuß, also mehrere Fußballvereine gehen ja hin und haben ja diese Sportanalytics. Da gibt es ja auch Anbieter von SAP beispielsweise, wo ja schon die Spieler ziemlich transparent sind. Also Gesundheitsdaten. Und da lässt sich ja auch schon, also sehr viel optimieren. Also das heißt… Genau, da ging es ja los. Also damit haben die angefangen. Deswegen wollte ich nur die Brücke schlagen zu deinem Beispiel, weil die ja gesagt haben, hey, ich fange erstmal intern an, hol mir meine Spieler, also über den Wert quasi ich sagen. Also das ist ja auch, die können dafür bilanziert werden, zum gewissen Teil die Spieler. Also hast du ja den Wert des Unternehmens. Da gehe ich jetzt mal in den Teil rein. Halt die Lupe dran. Hol mir die Information. So, jetzt habe ich das ausgeschöpft. So, was kommt jetzt? Bin ich jetzt am Ende? War es das? Lege ich mich zur Ruhe? Gebt nur unser sportlicher Erfolg? Ja, und deswegen kommt jetzt ja die nächsten Projekte. Man geht jetzt nach außen. Wie du gesagt hast, gehören zwar dem Unternehmen oder gehören ihnen nicht, je nachdem, die sozialen Sachen, aber du holst dir halt die Information rein und baust dir jetzt ein neues Geschäftsmodell wieder auf. Oder du hast ein Geschäftsmodell und verfeinerst es mit Basis der Daten und holst mehr Umsatz wiederum rein. Das ist ja genau die Denke, die du halt haben musst. Ja, das versuchen wir ja auch immer mit unseren Beispielen. Und vielleicht kriegt man jetzt mit dem Szenario oder das Thema, was wir heute mit dem FC Bayern noch einen besseren Bezug, weil das ist ja für viele einfach nicht greifbar. Struktur und Strategie-Hacks. Also gehen wir jetzt mal rüber und übertragen das vom FC Bayern mal auf dem klassischen mittelständlichen Unternehmen. Da habe ich doch von den, also wenn man den FC Bayern nochmal sieht, die haben auch tausend Mitarbeiter, ist letztendlich ja auch ein Unternehmen. Also mittelständisches Unternehmen hat da auch seine kaufmännischen Daten. Das gibt es halt auch bei dem klassischen Mittelständler oder produzierenden Unternehmen. die haben auch kaufmännische Daten. Also man weiß ja, wir haben eine SAP-Partnerschaft. Das heißt, die werden wahrscheinlich SAP-Systeme haben. Weiß ich nicht genau. Ich vermute es jetzt einfach mal. Wahrscheinlich, ja. Und werden da ihre Finanz- oder entsprechende ERP-Systeme vielleicht noch mit auswerten. Das habe ich beim produzierenden Unternehmen ja auch. Also kann man da ja schon einen entsprechenden Haken dran machen. Die Produktion, das sind ja die Anlagen, Maschinen. Die erzeugen ja auch Daten, also Sensordaten. Das heißt, ich kann meine Maschinenausfälle analysieren. Wenn ich sogar noch richtig gut bin, mache ich mein Machine Learning. Zur Produktion hat der FC Bayern seine Spieler. Die Spiele, die Austausch. Genau. Und auch die werden auf der anderen Seite sehr, sehr genau analysiert. Und der Trainer kann entsprechende Maßnahmen ergreifen. Und so ist es ja in der Produktion auch, dass ich mit den Daten, die da rausfallen. Ich hatte heute auch wieder ein Gespräch mit einem potenziellen Kunden, der mir sagt, wir haben einen sehr, sehr modernen Maschinenpark, hochmoderne Anlagen, aber wir haben sie nicht vernetzt. Und mein Mitarbeiter geht immer noch hin und macht Handzettel. Das wäre ja das Gleiche, als wenn jemand dann beim Fußballerrand steht. Ich bin jetzt kein Fußballexperte, aber schreibt sich auf, wie viele Pässe dann der Thomas Müller gerade gemacht hat im Training. So war es ja auch vor der Digitalisierung. Oder hat eine Stoppuhr. Stoppuhr, genau. Und misst dann einfach den Lauf. Und das finde ich ein tolles Beispiel, wie man die beiden Sachen miteinander vergleichen kann. Und die Marketingdaten gibt es auch beim Produzierungsunternehmen. Also auch wer kein aktives Marketing betreibt, hat zumindest eine Webseite. Also damit er in Außen auftritt, also als Produzierungsunternehmen. In der Regel auch Webseitenbesucher. Und das heißt, wenn man Kontakt aufnimmt, in irgendeiner Form, mit einem Newsletter, mit einer Broschüre oder Messe, die Kunden informieren sich im Netz. Das heißt, ich mache dann dadurch auch inaktives Online- oder Marketing. Das heißt, die Kunden gucken sich ja schon genau an, was gibt es da, welche Informationen kann ich mir im Vorfeld ziehen. Und wenn das Unternehmen das nicht misst, habe ich, finde ich, auch einen Nachteil. Weil so kann ich ja gar nicht auf Bedürfnisse eingehen oder auf Trends, weil ich sehe ja nichts. Und ich kann den Vertrieb ja auch nicht richtig steuern. Es geht ja viel verloren, allein weil man den Vertrieb nicht mit richtigen Informationen... Oder auch die Webseite ist da nicht sauber aufgesetzt. Das heißt, ich habe da entsprechende Button, wo ich Leute einlade, Kontakt aufzunehmen oder irgendwelche White Paper zu laden, herunterzuladen. Wenn ich die falsch entsprechend bestückt habe, sehe ich ja gar nicht, wo er den entsprechenden abbildet. Es gibt ja auch entsprechende Werkzeuge, wo ich so eine Webseite analysieren kann, nicht nur von den Daten, sondern als Wärmebild und sage, wo springt der entsprechende Besucher denn ab? Und das, finde ich, kann man ganz gut vergleichen. Fehlt dir noch was? Ist noch irgendwas, was man miteinander vergleichen könnte? Nee, grundsätzlich ist es das. Und vor allem halt den Willen aus einem total analogen Geschäft, was Digitales zu machen. Also das ist ja auch das Entscheidende. Wertgeschätzt, ab zum Neustart. Der Tipp des Tages. Okay, jetzt haben wir natürlich diese Vergleiche geführt. Wir wollen da heute auch gar nicht so tief einsteigen, aber was wichtig ist, vielleicht Unternehmen nochmal in die Hand zu nehmen und zu sagen, schaut doch bitte mal, ihr habt die Datenschätze im Hause. Ihr könnt da wirklich viel mitmachen. Und wenn sogar ein Fußballverein das hinbekommt, dann schafft das auch andere Unternehmen. Also das kann ich mir, also man muss einfach nur den ersten Schritt einfach vornehmen. Ja, ist ja nur ein Vehikel, um zu expandieren, den Bereich zu vergossen. Das findest du überall. Ich glaube einfach, das ist für viele nicht greifbar. Die wissen nicht, wie sie loslegen wollen. Hast du dann noch eine Empfehlung für die Hörer? Die jetzt nicht wissen, wie sie loslegen wollen. Genau, jetzt haben sie das gehört von uns und gesagt, okay, das gucke ich mir vielleicht mal genauer an, was haben die. Ja gut, am naheliegendsten ist natürlich jetzt das Ganze nochmal ein bisschen zu vertiefen und gerne mit uns in Kontakt treten. Dann können wir natürlich da nochmal genau sagen, was unsere Philosophie dahinter ist und vielleicht nochmal individuell die Brücke dann zu schlagen zu dem eigentlichen Unternehmen und zu sagen, wo man da ansetzen kann. Und dann, welche Werte oder Assets man im Unternehmen nutzen kann, um es dann halt noch erfolgreicher zu machen. Also ich finde, das ist ein sinnvoller erster Schritt. Genau, das heißt, man würde ja da so ein bisschen den Ist-Stand aufnehmen. Was findet man vor? Welche Konstellation von Systemen, aber auch vom Mitarbeiter-Know-how beispielsweise und würde dann sich vielleicht einen Anwendungsfall auch mal aussuchen oder gemeinsam analysieren. Oder verarbeiten, im Endeffekt. Genau, und dann mal aufzeigen, welche erste Lösungsskizzen gibt es da. Das wäre das Angebot. Das wäre das Angebot. Genau, das war heute die Folge zum FC Bayern. Auch mal interessant, ne? Mal was ganz anderes. Ja, so muss es sein. Abwechslung gehört dazu. Und was gibt's Schöneres, als über den FC Bayern zu reden. Okay, wir beenden jetzt das Gespräch. Alles klar. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissens-Schätze finden. Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.